Let's play Titanfall 2 Weiter geht's Ich schätze mal Boss Battle oder irgend sowas Auf jeden Fall irgendwas Fieses Stelle Testsubjekte bereit Szenario 127 geladen Fangen wir an Spectre Training Position Auch das machen sie mit unseren Gefangenen Ich bin schon unterwegs Initialisiere IMC Reaver Testprogramm Was für ein Testprogramm Sie wollten mich doch verarschen Achso Ich bin hier wieder hergestellt Cooper, in den Häusern lagern Waffen Ich habe gesehen, wie sie auf dem Fiesbaden verraten wurden Ja, jetzt Longtober. Okay, wo sind die Waffen gelagert? In den Häusern. Ah, hier. Da taucht davon nix. Ich brauche irgendetwas grosses. So einfach mache ich es denn nicht? Au. 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 Okay, du schaust Irgendwas große aus Was soll ich jetzt gegen den Titans So zu kämpfen? Noch, ja Drecksack Na gut Aber ich hätte dann gern BT wieder Das war eine schöne Abkürzung bisher Ash, sag mir, dass der Pilot tot ist Ich arbeite daran Hör endlich auf mit deinem Spielchen Darf ich mich bei der Arbeit etwa nicht amüsieren? Nicht, wenn die Arbeit drunter leidet Ich verstehe, Ash out Keine Sorge, von dem Geld, das ich auf seinen Kopf ausgesetzt habe, kannst du dir alles Spielzeug der Welt kaufen Sektor 4 Charlie, Sprengsätze 21 bis 29 zünden An alle IMC-Mitarbeiter Hier ist Ash Aufgrund ihrer Unfähigkeit, die Sicherheit wiederherzustellen Bin ich gezwungen, den gesamten Komplex zu zerstören Was? Einige von ihnen halten das vermutlich vor Vertritt Brawler-Gehäge wird neu bestätigt Dennoch rate ich zu sofortigem Evakuierung Was ist das denn? Stromflinte? Das hat so ein bisschen Matrix-Stil jetzt gerade Okay Mir schwanschen, wie der schrecklich ist Okay, zeig mal Oh Gott Trotzdem, obes Tierchen Hat mir jetzt nichts getan im Moment Ich weiß nicht, was Sie getan haben, Pilot Aber mehrere Explosionen haben den Manipulatorarm geschwächt Ich bin frei Ja Und jetzt Ja, wir sind so ein Betrotzer, ne? Wir müssen weg Sie sind in der Nähe Markiere meine Position auf ihrem Hut Das ist eine coole Waffe Vielleicht noch viel zu langsam noch Okay, der ist tot Oh, was freu ich mich, wenn ich jetzt gleich wieder bei BT bin Geh mal vorsichtig runter Man weiß ja nie Da drüben ist er Ich sehe schon, was ich tun muss Nein, aber ich habe es falsch gemacht Wäre sowas sicherlich jetzt auch nicht gewollt, aber Oh Gott So, lass mich rein Rennen Ich habe einen Ausgang jenseits dieser Kuppelende Checken Sie ihr Hut Ich schieße die meine Oma Das ist aber auch nicht so geil Oder? Da brauchen wir noch einer Okay, das bockt auch Tschau Das wäre allerdings Heilung schön gewesen Nicht, dass jetzt der Boss kommt Kommt und ich gehe da Nur holmt geheilt rein Das hört sich an, dass würde er immer Feindheiten sagen Warum sammeln denn die ganzen Tiere hier? Tschau Und da kommen sie Und da kommen sie Ash Ähm Scheiße Der Reaktor ist instabil Ersatzbatterie erforderlich Batterie erforderlich Ja, ich versuche ja schon Oh Gott Boah Boah Ich habe nichts mehr zum heilen Ich bin voll am Arsch Ich waistuce viel Ich weiß nicht, was nimmer denn da Ich hatte mehr von ihnen erwartet. Ich habe nicht mehr von ihnen erwartet. Die Fehler werden in ihrem Untergang seinpiloten. Perfekt. Auf den Druck schaden festgestellt. Wir können die Kursche ergeben. Trinksystem aktiviert. Ich lasse mich weg hier. Das war kreativ, aber nicht geschlagen. Das hätten Sie nicht tun sollen, Pilot. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Gut, wir sind Ihrem Ende einen Schritt näher gekommen. Er ist erschaffen. Warnung! Warnung! Ja. Hab ich dich. Abriegelung aufgehoben. Oberflächenzugang autorisiert. Puh. Die Abriegelung wurde aufgehoben. Ich schlage vor, wir verlassen die Anlage durch den Tunnel. Du liegst dagegen. Die war jetzt gar nicht so einfach. Wir sollten auf weitere Abkürzungen verzichten. Ganz deiner Meinung, B-Team. Unsere Reise durch die IMC-Testanlage sollte eine Abkürzung durch schwieriges Terrain sein, aber weit gefehlt. Keine Abkürzungen mehr. Wir haben Major Andersons Treffpunkt erreicht. Jetzt müssen wir ihn nur noch finden, damit er uns einige Antworten gibt. Was dann noch passiert, weiß momentan niemand. Und... Na, wo bleibt leer? Bitte Space drücken. Lass mich jetzt Space drücken. Ja. Pilot Major Anderson ist hier. Erkunden Sie die Anlage. Wir treffen uns dann auf der anderen Seite. Es ist zu ruhig. Es könnte ein Hinterhalt sein. Korrekt. Doch ist die Aufklärung auf engem Raum alleinige Aufgabe des Piloten? Ich halte die Augen auf. Geben Sie Acht. Und an der Stelle machen wir hier eine kleine Folgepause. Weiß ist eine kürzere Folge im Vergleich zu anderen. Aber... Ich habe es euch dazu gefallen. Dank fürs zugucken und bis zum nächsten Mal. automate Pause